Tja, liebe Zuschauer, wenn Sie Fernsehen schauen, dann wollen Sie das Ganze natürlich doch bestimmt auch in bester Bild- und Tonqualität, oder? Da will man keinen stören und knacken und rauschen. Und wenn Sie das wollen, perfekt, dann braucht man natürlich auch so ein bisschen Zubehör, ne? Einen Receiver, eine gute Schüssel, also die auf den Balkon dann später kommt und natürlich noch mehr. Wir haben jetzt wirklich das Rundum-Sorglos-Paket für Sie und einige neue Produkte. Was das ist, das schauen wir uns mal in einer kleinen sogenannten Vorschau an. Da haben wir nämlich zum einen unseren Sat-Receiver, unseren HD-Sat-Receiver, so klein, dass der sogar in Ihre Hosentasche passt. Ist wirklich verrückt. Oder alle Funktionen hier und dann natürlich noch unser DVB-T-Nachrüst-Set. Und das bekommen Sie mit der PX14-65 und der 569, um Ihnen erstmal nur ein paar Produkte zu nennen. Einen Namen möchte ich natürlich auch noch nennen, nämlich Carsten, der steht gerade neben mir. Genau, und wir beschäftigen uns jetzt einfach mal wirklich mit dem wichtigen Thema Fernsehen. Sie sehen uns ja jetzt gerade über das Fernsehen, wenn Sie uns nicht über www.pearl.tv sehen. Und Fernsehen ist ja, ich meine aus unserem Alltag, eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und die Auswahl an Kanälen, wenn Sie Satellitenfernsehen haben, ist ja großartig. Das heißt, ich kann einmal um den ganzen Globus, nämlich mit der Fernbedienung und das innerhalb von, ich sag mal so, wenn es 126 Kanäle pro Kanäle eine Minute, also 126 Minuten bin ich einmal rum. Haben Sie 145 Kanäle, sind Sie natürlich bei 145 Minuten. Die Auswahl ist riesig, von Sport über alle möglichen Spatenkanäle bis hin zu natürlich allen möglichen Nationalitäten. Und das Ganze wollen wir Ihnen natürlich möglich machen und deswegen sagen wir Folgendes. Wir fangen einfach mal ganz schnell an, nämlich mit unserem ersten Produkt, mit unserem HD-Satelliten-Receiver. Und das ganze Paket sehen Sie hier, nämlich Full HD und das Ganze zu einem Preis, der einzigartig ist. Gucken Sie mal hin, 25,55. Und der hat noch so ein paar Besonderheiten, das ist jetzt nicht nur irgendein kleiner Satzschussiever, sondern der hat einen grünen Knopf auf der Tastatur. Wow, was für eine Besonderheit, werden Sie jetzt denken. Ja, das ist tatsächlich eine Besonderheit. Da, denn wenn Sie uns bisher vielleicht immer ganz hinten gesucht haben auf Kanal 576,35 Ost, was weiß ich, ist natürlich ein bisschen umständlich, da jedes Mal durchzusetzen, kann ich verstehen. So, jetzt schaltet man aber vielleicht auch ab und zu mal wieder auf Nachrichtensender und dann fängt man wieder an zu suchen. Eins, zwei, drei. Ja, Sie wissen, was ich meine. Brauchen Sie gar nicht mehr, denn ab sofort drücken Sie einfach nur hier auf den grünen Knopf und sind sofort bei Ihrem Lieblingsteleshopping-Sender Ihres Vertrauens mit Ihren Lieblingsmoderatoren. Das heißt, einfach mal drauf verzichten, jetzt zu programmieren und sagen, okay, eins, klassisch, so ist es bei meinen Eltern, ARD, ZDF, die dritten Programme, dann RTL ProSieben. So, und dann müssten Sie ja rein tierisch jetzt irgendwo Pearl hinlegen. Da haben wir uns gedacht, das machen wir für Sie mal ganz einfach. Hier unten können Sie programmieren, wie Sie möchten und oben einfach den grünen Knopf, wenn Sie Frau Kosch sehen wollen. Da drücken Sie drauf, zack, und schon ist die Frau Kosch da. Oder Carsten Speckermann. Oder der Herr Engelmann oder der Herr Ruhlern oder unser holländisches Urgestein, der Harry. Der ist dann natürlich auch da. Das heißt, das alles funktioniert über diesen wunderbar grünen Knopf. Und das ist nicht nur das einzige Gimmick, sondern Radioprogramme funktionieren darüber natürlich auch. Alles, was der Satellit sendet, wird hier auch empfangen. Und wir sind noch eine Nummer weitergegangen, nämlich Multimedia. Das ist natürlich auch möglich und das können Sie darüber auch abspielen. Und da sag ich mal so, Festplatten können Sie auch anschließen. Also Sie können mit diesem guten Stück alles machen. Das ist so eine wirkliche Sonderedition. Und diese Sonderedition haben wir zu einem absolut besonderen Preis für Sie möglich gemacht. 25,55 Euro statt 129 Euro. Ein Knüller. Das ist mal ein Knüllerpreis. Und ich sag's mal so, je größer die Auswahl, umso größer die Unterhaltung. Tja, jetzt werden aber viele bestimmt sagen, das ist ja schön, was ihr uns hier erzählt, aber ich hab noch so einen alten Röhrenfernseher. Die Dinger sind echt unkaputtbar. Ich hab als Zweitgerät auch noch so einen Röhrenfernseher. Ich hab mir geschworen, schon vor drei Jahren, wenn der mal kaputt geht, dann schmeiß ich ihn weg. Er ist aber noch nicht kaputt. Das ist ja das Schlimme. Und, nein, das Schöne natürlich. Und wir haben hier sogar noch einen Skatanschluss auf der Rückseite. Das heißt, wenn Sie noch Besitzer eines Röhrenfernsehers sind, dann können Sie den hier trotzdem anschließen. Dann zwar nicht gestochen scharf in HD, aber dennoch haben Sie dann die Möglichkeit, unseren wundervollen HD-Sat-Receiver anzuschließen. Toll, oder? Das ist mal großartig. Dann haben wir hier natürlich noch was anderes für Sie installiert, nämlich eine Aufnahmefunktion. Die ist freischaltbar. Das ist sozusagen so ein Zusatzgimmick, was wir für Sie auch noch haben einbauen lassen. So, vorne zum Beispiel einfach einen USB-Stick oder eine Festplatte anschließen. Und schon können Sie alles da drauf sozusagen abrufen und gucken, was Sie sozusagen auf Ihrem USB-Stick mitgebracht haben. Schlanke Maße, da haben wir Wert drauf gelegt. Und damit meinen wir jetzt nicht die Frau Kosch, sondern das Gerät. Das Gerät wiegt, sage und schreibe, nur 396 Gramm und ist, Achtung, 167 x 105 x 40 Millimeter groß. Das heißt, das kriegen Sie selbst in einen bestehenden Fernsehschrank unter, wo zum Beispiel schon alles verbaut ist. Denn das ist so klein und kompakt. Das ist einfach mal ganz klein und handlich. Und das Ganze zu einem kleinen und vor allem handlichen Preis. Und wenn meine Kollegin mich hier jetzt stehen lässt, kann ich Ihnen eine Sache sagen. Sie ist hier die Expertin. Und jetzt zeigt sie uns mal was. Ich habe uns jetzt mal Arte HD eingeschaltet. Ist mir jetzt aber ein bisschen zu langweilig. Ich will mehr Action. Sieht mehr aus wie eine Architekturzeichnung. Und deswegen drücke ich jetzt einfach nur auf den grünen Knopf. So, und lande sofort bei uns. Mensch, den Sender kenne ich irgendwie. Ja, aber da ist jetzt Arte in Arte. Also kunstvoll haben wir jetzt einfach mal für Sie gezeigt, wie schnell das geht. Da sehen Sie sozusagen das, was die Herrschaften schreiben. Das ist eine Fachzeitung gewesen für Satellitenfernsehen. Und die hat den Daumen nach oben gehoben und hat gesagt, super, da können wir nur sagen, her damit. So, jetzt wollen wir natürlich darüber sprechen, was wir Ihnen schon gesagt haben. Sie können damit natürlich auch aufnehmen. Und dafür brauchen Sie natürlich noch den Upgrade. Denn den haben wir Ihnen eben gerade schon empfohlen und haben darüber gesprochen. Und da steht er auch schon. Das ist nämlich das kleine, runde Ding. Klassisch auch CD genannt. Und ja, das ist das Upgrade, sozusagen das Firmware-Upgrade. Einfach drauf spielen und schon können Sie aufnehmen. 9,41 Euro für die Aufnahmefunktion ist da mal ein richtiger Kampfpreis. Wo ich sage, das beides zusammen addiert, da würden Sie im Technikfachgeschäft aber eine ziemlich lange Nase machen, wenn Sie danach fragen und sagen, ich habe jetzt aber nur 40 Euro dabei und ich möchte noch mit ein bisschen Geld wieder nach Hause gehen, weil der Parkautomat muss auch noch befüttert werden. Funktioniert nicht, kann ich Ihnen so sagen. Bei dem Preis, da sind wir ganz alleine. Und wir sind nicht alleine. Wir haben nämlich ein Callcenter. 0,1,8,0. 51. 51, dreimal die zwei. Die wissen Bescheid. Und da können Sie sagen, ich hätte gern das, was die beiden gerade vorgestellt haben, inklusive des Upgrades. Und wenn Sie nochmal die Bestellnummer fürs Upgrade haben wollen, können wir Ihnen die natürlich auch sagen. Jawohl. Und das ist die PX1375 und die 569. Und damit können Sie jetzt Ihren hässlichen, sperrigen, alten Videorekorder endlich mal wegwerfen, der sowieso nicht mehr schön aussah. Und ersetzen den gegen eine kleine CD, weil ein Sideboard hat man ja mittlerweile gar nicht mehr. Früher hatte man ja so ein Ding, das war gestaffelt, da kam dann der Videorekorder und DVD-Player oder was auch immer Sie da stehen hatten. Mittlerweile hängen die Flachbildfernseher einfach nur an der Wand. Und wo dann mit diesem ganzen Zeug sind, brauche ich auch nicht mehr. Zum Beispiel. Und sehen Sie mal, das gute Stück haben wir hier unten hingestellt. Das nimmt wirklich nicht viel Platz weg. Das heißt, es ist klein, es ist kompakt und es ist einfach variabel. Das heißt, Sie können es überall verstecken. Sie können es so anbringen, dass es nicht stört. Und es ist kein klobiger Kasten, sondern es ist einfach mal richtig klein. Und das Ganze zu einem ganz, ganz kleinen Preis. Alle Infos, alles, was damit möglich ist, finden Sie natürlich auch unter www.pearl.tv. Und wir machen jetzt einfach mal ratzfatz noch weiter, denn wir haben natürlich noch was Tolles für Sie. Soll ich mal verraten, was das hier ist? Das ist kein Lego-Baustein, das ist der kleinste USB-Stick der Welt. Tja, da passen ganze 32 GB drauf. So, ich habe den Gradient eingecremt, ne? Wunder zu gut. Der ist gerade mal so groß wie meinen Daumen. Also wenn ich das hier drüber lege, sieht man das ganz schön. Und das ist doch richtig komfortabel. Den packe ich überall dran. Hier zum Beispiel am Schlüsselbund, da habe ich den immer dabei. Und dann geht es mit dem Draufspeichern einfach los. Kostet gerade mal 21,76, das ist ja mal ein Knüllerpreis. Für einen 32 GB USB-Stick. In der normalen Länge, ich sage mal so, dieses Fingers hier, dieses kleinen, zauberhaften, manikürten Fingers, so die Hälfte, drei Viertel ungefähr, wäre so ein USB-Stick mit dem Datenvolumen schon mal zu dem Preis der Knaller. Aber wir haben das dünnste Smartphone der Welt und wir haben somit auch den kleinsten USB-Stick der Welt. Denn wir wollen die technischen Grenzen für Sie ausloten, damit Sie im Endeffekt der Kunde sind, der sagt, ich habe das, was kein anderer hat und ich habe es von Pearl und das ist auch gut so. Denn dieser USB-Stick ist mal der Knaller. Aber da hört es natürlich nicht auf. Und jetzt kommen wir zu den Knallern in unserem Programm, nämlich den Preisen. Die Preise zeichnen uns aus. Es ist nicht nur hohe Produktqualität, sondern es sind einfach einzigartige Preise. Und da kommen wir zu einem Kabel und nicht irgendeinem Kabel, sondern ein Kabel, was man braucht. Vergoldet ist es sogar. Auch noch, Mensch, super. Das ist nämlich unser HDMI-Flachkabel. Und ja, warum flach? Normalerweise alle Kabel, die man ja so kennt, sind rund. Und wir haben uns wenigstens dabei was gedacht, denn selbst wenn man das jetzt wirklich mal an der Teppichleiste langlegen will, wo das halt nichts stört, wo man es nicht unbedingt sieht, so ein rundes Kabel an der Teppichleiste entlang rutscht immer wieder raus, das wissen wir. Aber ein flaches Kabel, da kann wirklich nichts mehr passieren. Und das ist zwei Meter lang, das ist auch eine stattliche Länge und kostet sie gerade mal 4,66 Euro. Und das bestellen Sie sich bitte mit der PX1583 und der 569 für unser zwei Meter langes HDMI-Flachkabel. So, und ich habe einfach mal den Vorteil dieses Kabels für Sie mal vorbereitet, denn wir sprachen gerade drüber, runde Kabel sind ja was ganz Schönes. Ja. Also wenn das Kreis rund abläuft, dann ist immer alles gut. Aber jetzt überlegen Sie mal, ich hätte jetzt ein rundes Kabel und hätte diesen schönen Tisch bei Frau Kosch in der Wohnung und bei mir stehen. Und wir würden jetzt sagen, okay, da drunter möchte ich aber irgendwie das Kabel, weil der Fernseher steht auf der Seite. Mit einem runden Kabel würde ich jetzt an dem Tisch wackeln und wackeln und wackeln, denn da wäre das nicht möglich. Gucken Sie mal, es ist so flach, dass Sie es sogar unter unserem Tisch einfach verbauen können und der Tisch wackelt nicht. Das heißt, hier haben wir wirklich die perfekte, perfekte Kabeltechnik, um unter Sideboards, unter Schränken und unter allem zu arbeiten, was Sie zu Hause so kennen. So, weiter geht's. Da brauchen wir aber noch so eine schöne Satellitenschüssel auf dem Balkon. Ihre Frau wird jetzt bestimmt in diesem Moment die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil sie sagt, um Gottes Willen, so eine gelbe Schüssel mit einem Smiley drauf, das kommt mir gar nicht in die Wohnung dann erst, lass ich mich scheiden. Es sieht ja auch nicht schön aus, davon abgesehen. Das haut sogar die Kamerafrau vom Hocker. Also das, was wir hier haben, jetzt hat sie nämlich den Preis gesehen und sagt sich, warte mal, ich habe noch damals im Pearl drüben, also in unserem Mutterschiff, den ursprünglichen Preis bezahlt, aber ich kann dir nur eine Sache sagen. Dieser Preis, hörst mir zu, muss dir nicht mehr was runterfallen. Der gilt ja nur jetzt, zwei Stunden lang und das Ganze für dieses Produkt, Frau Kosch, da kann ich nur sagen, es ist klein, es ist kompakt und vor allem, gucken Sie mal, wie leicht es ist, es ist handlich. Ja, und es ist richtig praktisch, denn wenn Sie sagen, hm, schöne weiße Satellitenantenne, Flachantenne, aber meine Hauswand ist grün, macht ja nichts. Wir reden von unserem Chamäleon. Die Frau Kosch hat keine Kosten und Mühen gescheut und hat hier heute mal mit der Nagelschere und alles mit Kleber beklebt, denn wir haben mal simuliert, wie das an der Wand aussehen würde. Nehmen wir jetzt mal an, Sie wohnen in einer Mietswohnung und da steht ganz klipp und klar drauf in Ihrem Vertrag, anbringen einer Satellitenschüssel strengstens verboten. Dann meinte der Vermieter oder die Hausverwaltung dieses klassische runde Ding, wo meistens auch noch Satan draufsteht oder ein Smiley drauf ist oder irgendwas ist. Die sind erstens schweineteuer, zweitens riesig und auch noch richtig, richtig schwer. Und da hat sich unsere Technikabteilung gedacht, wir bauen was Kleines, Kompaktes, was man auch noch bekleben kann. Und trotzdem habe ich die volle Empfangsleistung. Und das ist mal einzigartig, denn wenn jetzt selbst Ihr Vermieter in seinem großen Auto an Ihrem Haus vorbeifährt, die erkennt er nicht. Und das ist mal toll. Und das geht jetzt gar nicht nur um den Vermieter an sich, sondern zum Beispiel auch... Um die Ehefrau. Um die Ehefrau, genau. Wenn man nämlich zum Beispiel jetzt alles schön macht und zum Beispiel die Frau Ihres Herzens mit der kleinen Gartenschere die Rosenhecken stutzt und den ganzen Garten schön macht, dann möchte sie nicht, dass irgendwo mittendrin an der Wand so eine Satellitenschüssel hängt. Und da haben wir uns gedacht, da haben wir mal das Perfekte für Sie. Sie klein, leicht, kompakt und das Ganze einfach anzubringen und einfach zu montieren. Das ist mal wichtig und vor allem Preis. Frau Kosch, gucken wir mal hin. Da kann man nicht meckern. Nee, gar nicht. Das ist jetzt aber für 94,91 ist die Flachantenne für einen Receiver. Also ein Anschluss für einen Receiver. PX 1383 und die 569 auch im Fachkreise Single LMB genannt. Meine Güte. Single ist so ein negatives Wort. Ja, deswegen... Klingt so nach Einsamkeit. Einen für einen Receiver. So, wenn Sie jetzt aber sagen, ich bin aber nicht Single, ich habe noch jemanden, der auch noch einen zweiten Receiver mit in die Beziehung gebracht hat, dann brauche ich natürlich auch zwei Anschlüsse. Ist ja ganz klar, das verstehe sogar ich als Blondine. Also haben wir uns gedacht, Mensch, packen wir da noch einen zweiten Anschluss mit dran. Und das ist einfach mal super, denn wenn Sie jetzt zum Beispiel überlegen, Sie haben einen Fernseher im Schlafzimmer und einen im Wohnzimmer, dann brauchen Sie keine zwei Antennen, dann brauchen Sie nur diese eine. Und jetzt gucken Sie mal, der Preis, der steigt nicht rapide. Also wir sagen jetzt nicht, wie andere Hersteller, ah, alles klar, Sie wollen zwei Receiver anschließen. Das bedeutet doppelter Preis. Nein, 113,91 Euro ist hier der Preis. Gucken Sie auch hier wieder klein und kompakt. Nur weil da jetzt zwei Fernseher dran kommen, heißt es nicht, dass das gute Stück plötzlich größer oder dicker wird oder schwerer wird oder schwerer zu montieren. Es ist Wetter- und UV-beständig. Das heißt, hier reden wir von der idealen Satellitenantenne für Balkone, für alles, was irgendwie so ist, dass man kleine, kompakte Geräte unterbringen muss. Und wenn Ihnen die Idee gefallen hat, dass man das Ganze bekleben kann oder bestreichen kann wie die Hauswandfarbe, funktioniert mit diesen natürlich genauso. Also das ist identisch hier wie unser Chamäleon vom ersten Produkt, nur halt, dass da wie gesagt zwei Anschlüsse sind. Ich finde es richtig klasse. Und wir haben dann natürlich aber auch noch welche mit mehreren Anschlüssen. Hier sehen Sie jetzt aber erstmal die Artikelnummer mit der PX 1384 und der 569 für unseren digitalen Twin LMB für 113,91 Euro. Und damit haben Sie dann wirklich auch Pearl TV um gestochen scharfer Qualität. Und egal, ob so oder so oder so, der Empfang, der bleibt immer gleich. Und Sie haben keine Empfangseinbuße, egal ob Sie es jetzt bekleben, bemalen oder was auch immer damit tun. Und wir reden einfach mal auch von wetterbeständig und das mit Nagellack, das war klar. Oder einfach mal ein Bild von einem schönen Schuh draufdrucken für Frau Kosch, das wäre natürlich auch so. Ganz ruhig, ruhig. Also wir waren dabei heiß. Also Frau Kosch wird es heiß, wenn es um Schuhe geht. Heiß wird es auch im Sommer. Und wenn die Sonne richtig draufknallt, dann haben wir auch mal ganz schnell 60 Grad, nämlich so auf der Oberfläche. Bis 60 Grad plus hält das gute Stück. Und wenn jetzt der nächste Winter schlimmer sein sollte als dieser, was wir nicht hoffen wollen, schnell mal auf Holz klopfen, dann hält das gute Stück auch bis minus 30 Grad. Das heißt, hier können Sie vom tiefsten Allgäu bis nach Sylt einfach reingewissens sagen, das gute Stück lässt mich nicht im Stich und dementsprechend bestelle ich es. 0180 51 51 dreimal die 2. Da sehen Sie es nochmal und da sehen Sie den Preis. Und auf Stichwort ein roter großer Punkt, so ein bisschen abgeschnitten. 43 Prozent Preisnachlass. PX 13 84 569 ist hier die Bestellnummer für zwei Receiver. Das heißt, für den klassischen Zwei-Fernseher-Haushalt können Sie einfach das gute Stück nutzen. Und wir wären nicht wir, wenn wir jetzt nicht sagen würden, okay, jetzt drehen wir mal richtig an der Gasschraube. Und ich drehe es mal für Sie ein. So, da sehen Sie es. Oder Sie sehen es noch nicht. Da sehen Sie es. So, Kunst ist, wenn es trotzdem klappt. Vier Anschlüsse. Genau. Wenn Sie jetzt zum Beispiel jemand sind, der in einer WG wohnt, dann wäre es doch jetzt blöd, natürlich, wenn da jetzt vier Leute wohnen und dann müssen zwei ständig bei Ihnen Fernsehen gucken. Man will ja auch ein bisschen mal seine Privatsphäre haben, oder nicht? So, und da ist es natürlich dann ganz sinnvoll, entweder sich vier Satellitenschlüsseln aufs Haus zu klemmen oder eine einzige mit vier Anschlüssen. Ich glaube, die Variante B ist ein bisschen intelligenter, oder? Umsatztechnisch, nein. Haussatz, also so vom Erscheinungsbild und von der Logik her, macht das Produkt, was wir jetzt haben, mehr Sinn, als wenn sie sich einfach mal jeder vier, also jeder so eine Satellitenschlüssel... Das wäre ja völliger Quatsch, weil wenn jeder seine eigene mitbringt, überlege ich mal, wie das aussieht. Das sieht ja aus wie, als wenn die NSA eingezogen ist. Dumm, 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 die ganze Hauswand voll. Da haben wir gedacht, nein, es ist wiederum dieselbe Größe, kompakt, klein, handlich. Sie sehen es unten, das ist der Befestigungsmechanismus. Egal, wie Sie es an die Wand bringen, ob so, ob so es funktioniert. Und das Wichtige ist, ich habe es Ihnen eben gezeigt und ich zeige es Ihnen gerne nochmal, vier Anschlüsse. Das heißt, Unabhängigkeit pur. Wenn Sie jetzt zum Beispiel, Sie wohnen zu Hause, Sie wollen die Fußball-WM gucken. Ihre Frau möchte zeitgleich abends Rosemunder Pilcher gucken. Ihre Kinder wollen aber lieber was anderes gucken, nämlich zum Beispiel Super RTL oder einfach mal die klassischen Musikkanäle, wo es dann uff, 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 die ganze Zeit so geht, haben wir hier vier Möglichkeiten, vier Fernseher anzuschließen, vier Receiver. Und das heißt, viermal Programmvielfalt pur und das Ganze bei Satellitenempfang. Das heißt, da kann man mal richtig aus dem Vollen schöpfen. Egal, ob jetzt für Caravan, für LKW, natürlich durch die Form auch zur Mitnahme geeignet. Das heißt, wir müssen hier nicht nur an die Hauswand denken, sondern wir denken an alles, wo man Fernsehen gucken will. Klassisch mit einem Brummi unterwegs, da passt das gute Stück auch. Denn an so einer Fahrerkabine, da können Sie das auch wunderbar montieren. Das ist so leicht und handlich, das passt einfach mal. Ja, und wenn Sie sagen, ach Mensch, das ist genau das, was ich schon immer gesucht habe, nur im Baumarkt, da wollten die echt über 200 Euro von mir, kann ich verstehen, dass Sie da nicht zugegriffen haben, weil ich sie auch ein bisschen vollkommen überteuert. Viel zu teuer. Und gucken Sie mal, das können Sie so mitnehmen. So. Praktisch. Einfach mal so. So. Ich gehe jetzt mal zur Frau Kosch nach Hause und sage, hey, Fußball-Weltmeisterschaft, sag mal, ich wollte das schon immer mal auf Nordkizuaheli gucken, das Spiel heute Abend. Sag mal, kann ich mal bei dir anschließen? Und das ist schnell gemacht. Ich sage Ihnen das. Da brauchen Sie nur einen Receiver mitnehmen und schon geht's los. Da ist selbst der Fußballmuffel, Frau Kosch, der klassisch wahrscheinlich nur deutsches Fernsehen guckt. Das ist nämlich cool, weil stell dir mal vor, du guckst jetzt WM. Auch russisch. Nein, russisch nicht, aber so diese Länder, die wirklich noch Emotionen haben, wenn ein Tor geschossen wird. Stell dir mal vor, du guckst zum Beispiel das spanische Fernsehen, wenn Spanien spielt und ein Tor schießt. Also wir haben jetzt wahrscheinlich eine Sendelänge von 45 Minuten, das ist ungefähr genauso wie eine Halbzeit. Und wenn in Spanien ein Tor fällt, dann ist der Goalschrei gefühlt auch 45 Minuten lang. Und das muss man mal erlebt haben. Deswegen macht meiner Meinung nach Satellitenfernsehen definitiv Sinn. Da sehen Sie es für vier Receiver. Die Bestellnummer ist die PX 1385569. Und das Ganze zu dem Preis, da muss man zugreifen. So, wenn auch Sie sagen, brauche ich, muss ich haben. Jetzt müssen wir aber noch ein bisschen was anstöpseln, ist ja ganz klar. Also irgendwie muss es ja auch verbunden werden. Und da haben wir jetzt ein paar schöne Accessoires für Sie, wollte ich sagen. Kabel, ich kann eigentlich nicht abschalten. Und zwar, das ist jetzt unser Satellitenanschluss-Set, also um die Satellitenschüssel anzuschließen, wie das ja schon der Name sagt. Das ist jetzt 25 Meter lang. Wenn Ihnen das zu lang ist, kein Problem, das kann man sich auch zurechtschneiden, wie man hier sehen kann. Da hat auch schon jemand dran rumgenagt. Genagt? Ich gucke mal, wie das aussieht. Philipp hat das so liebevoll vorbereitet, der hat da jetzt nicht dran rumgenagt. Aber es sieht wirklich so aus, als hätte er dran rumgenagt. Philipp! Philipp! Wir gehen nachher mal essen, okay? Ich bin jetzt echt ein bisschen irritiert. Aber gut, 25 Meter Kabel, normalerweise sagt die Frau Kosch immer, zeig mal, wie lang das Kabel ist und geh mal los. Da ich jetzt die Kameradamen nicht überfordern will, dass Sie mit mir einmal komplett die Pearlstraße hier runterlaufen müssen, müssen Sie uns jetzt vertrauen. Und 25 Meter ist das Kabel lang. Und überlegen Sie mal, 25 Meter zu 6,56 Euro. Gehen Sie da mal in ein Geschäft und sagen Sie, also ich hätte eine Satellitenschüssel, die würde ich gerne anschließen. Ich hätte gerne eine 20 Meter Kabel, dann macht das aber Cha-Ching. Da sagt der Verkäufer nur, yes! Umsatz! 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 Und hier sagen wir, nein! Wir wollen glücklichen Kunden haben und deswegen unter 7 Euro für 25 Meter Kabel, das ist genau das Ding. Doppelt geschirmt, F-Stecker ist dabei und natürlich für Sie perfekt kürzbar. Das heißt, Sie sehen es, Philipp hat ein bisschen dran rumgenagt und genauso wie Philipp das macht, können Sie das natürlich auch machen. Schnipp, schnapp, ist das Kabel ab und schon haben Sie die passende Länge. So, das war das eine Kabel. Genau. Und da sehen Sie es nochmal, so sieht es aus, das ist das Anschlussset inklusive der Wetterschutzhülle. Die stand eben daneben, das heißt, es ist dieser kleine Überzieher sozusagen, das Kondom für den Anschluss. Da ist einfach mal wirklich gewährleistet, dass nichts nass wird und dass es nicht platzgemacht und Fußball ist weg. Doppelt geschirmt ist es. Mensch, das wäre ja schade, ne? Das wäre schade, ne? Ja, 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 ja. So, aber, ja, dann kommen da wieder die Frau und beschwert sich über diese herumliegenden Kabel, die auch nicht schön aussehen, ne? Ich wusste, dass der Satz kommt. Ja, ist ja auch so, wir Frauen achten nochmal auf die Optik. Ihr seid eher so die Praktischen, ja, Hauptsache der Fernseher ist angeschlossen und ich kann Fußball schauen und die Frau will aber auch, dass es schön aussieht. Also, liebe Frauen, ich bin da vollkommen auf Ihrer Seite. So, auf was ich hinaus will. Ich habe doch gerade das Kabel so schön verbaut hier unterm Tisch. Ja, aber das ist ja jetzt kein HDMI-Kabel mehr. Das hast du sehr, sehr schön gemacht. Vielleicht kannst du uns das dann auch noch so schön dekorieren, denn das ist unser Flachkabel. Also ebenfalls ein Satellitenanschlusskabel, aber halt in flach. Und für alle, die sagen, 20 Meter ist mir zu lang, 10 Meter. Genau, und durch die Flachheit haben wir natürlich das, was wir Ihnen vorhin schon bei dem anderen Kabel gezeigt haben. Gucken Sie mal, das kriegen Sie wunderbar unter die Fußleiste. Hier ist einfach die Möglichkeit gegeben, unter den meisten Fußleisten ist so eine kleine Aussparung. Da können Sie das gute Stück unterbauen, Fußleiste wieder anbringen und fertig. Natürlich auch hier unter Möbelstücken extrem, extrem leicht zu verbauen. Und das Ganze wieder doppelt geschirmt, vergoldet. Sie sehen es. Das heißt, Anschluss ist wirklich in Top-Qualität gewährleistet und ein Preis, der für Top-Qualität richtig niedrig ist. Gucken Sie mal hin. Und da gewähren wir Ihnen sogar noch 24% Preisnachlass. Dieser Preis gilt jetzt. Jetzt in diesem Moment. Knapp 120 Minuten. Wenn Sie anrufen im Callcenter. 0180. 51. 51, dreimal die 2. So, da haben wir auch eine Bestellnummer für Sie, nämlich die PX5903 und dann die 569. Also nochmal zusammengefasst, vergoldet, extrem flach, Stecker, Stecker, Länge 10 Meter und das Ganze in flach. Und das Ganze mit einer Bestellnummer, die haben wir Ihnen eben gesagt. Unter 8 Euro. Einfach unterschieben, unter die Fußleiste bringen, unter den Parkettfußboden, egal wie. Sie kriegen dieses flache Kabel garantiert unter 10 Meter. Es ist lang und das reicht eigentlich. Es sei denn, Sie haben, ja, Sie sind sozusagen Dagobert Duck und wohnen auf dem Geldspeicher. Dann können Sie auch einmal komplett einmal durch den ganzen Geldspeicher arbeiten. Aber das wäre noch nicht alles, denn jetzt haben wir für Sie noch Folgendes. Meine Kollegin hat es gerade schon gesagt, die Frauen, die sind da ja sehr penibel. Und nehmen wir jetzt mal an, Sie haben zum Beispiel so ein Dachschrägenfenster oben im Schlafzimmer. Und Sie bringen jetzt oben an der Dachschräge irgendwo außen unsere kleine kompakte Satellitenschüssel an. Dann haben wir natürlich folgendes Problem. Irgendwie muss das Kabel ja ins Haus. Und bevor die Frau Korsch schimpft, weil der Herr Spengemann so ankommt. Und sagt, schiebe ich mal durch. Müssen Sie nicht, gucken Sie mal hier. Einfach das Dachfenster aufmachen und dieses gute Stück auf der einen Seite mit dem Kabel verbinden und auf der anderen Seite mit dem Kabel verbinden. Und das ist so flach, aber wirklich so flach, das können Sie durchs Fenster und das Fenster sogar zumachen. Das heißt, das klassische Bohren, um Kabel durchzuführen, fällt weg. Einfach im Fenster und ich garantiere Ihnen, durch ein Millimeter Dünnheit sozusagen, können Sie, gucken Sie mal, da haben wir einen Film für Sie vorbereitet, die Fenster sogar komplett wieder dicht schließen und trotzdem kommt das Signal da an. Das heißt, plötzlich ist nicht mittendrin Goal zu Ende, weil irgendjemand das Fenster zugemacht hat, sondern es leitet natürlich weiter. Länge 30 Zentimeter, das ist genau die richtige Länge. Da haben wir extra mal nachgedacht und haben gemessen und haben gemessen, wie die meisten Fenster sozusagen brauchen. Da sparen Sie jetzt auch wieder 49 Prozent und unter sieben Euro für dieses klasse Gimmick. Diesen wirklich extremen Helfer, weil Bohren in den Fensterrahmen, keine gute Idee, das macht mal richtig Sinn. Da sehen Sie es nochmal und da haben wir auch eine Bestellnummer für Sie. Jupp, das ist die PX 5306 und die 569. Ich glaube, der Vermieter hätte da auch ein Problem mit, wenn Sie da durch die Wand bohren. Und ja, da ist da nichts mehr mit von wegen dicht. Da kann man dann Sommer wie Winter heizen, Tag und Nacht, 24 Stunden am Stück, damit man eine warme Wohnung hat. Und deswegen gibt es hier die Fensterdurchführung für 6 Euro und 56 Cent. Dann haben wir Ihnen ja auch gerade schon eine kleine Neuheit in der Vorschau gezeigt. Da sind Sie bestimmt schon ganz gespannt. Warten Sie noch ein paar Sekündchen, bis der Philipp uns das hier so schön gewechselt hat. Und dann sind wir wieder für Sie zurück. Ah Mensch, Philipp, man sieht dich. Ah, jetzt hat er gerade ganz kurz nur in Panik gehabt, aber nein. Denn unsere Highlights, dazu gehört natürlich auch Philipp, denn ohne den würde der Tisch irgendwann leer sein. Aber jetzt haben wir was für Sie. Und das hat meine Kollegin vorhin schon mal ganz groß angekündigt. Und das würden wir Ihnen jetzt gerne vorstellen. Genau, denn das ist unser kleiner digitaler Satz-Receiver. Genau. Also wenn Sie denken, hey, Moment, das sieht aus wie eine kleine Festplatte oder was. Das ist doch kein Satz-Receiver. Das kriegt man in jede Hosentasche. Also vorausgesetzt, man hat eine. Leg mal auf meine Pranke. Gucken Sie mal. Das ist eine Handvoll Technik. Und jetzt spulen wir mal in Ihrem Kopf die Technologie der letzten Jahre zurück. Und wie groß waren die Kisten früher noch? Und was konnten die? Und was haben die gekostet? Und jetzt haben wir das Ganze so kompakt und so klein für 37,91 Euro. Das ist ein absoluter Schnapper. Und da kann ich Ihnen nur sagen, so klein und kompakt, diese Technologie zu dem Preis, das geht nicht. Nee, das ist wirklich ein Wahnsinn. Und deswegen, warum haben wir denn sowas überhaupt hier für Sie vorbereitet? Na klar, wenn man das auch mal mobil nutzen will. Wenn man mit einem Campingwagen unterwegs ist und mit einem Wohnmobil. Oder wenn natürlich auch wieder die Frauen sagen, da sieht ja alles anders schön aus. Also ich kann Sie wirklich verstehen. Ich bin auf Ihrer Seite, es soll keine Kritik sein, liebe Frauen. Und hier wirklich die Anschlüsse ganz klein und kompakt versteckt in unserem kleinen kompakten HD Satz-Receiver. Und der sorgt dann wirklich für tolle TV-Programme, aber natürlich auch die Radioprogramme. Ich mag das ja auch ganz gerne mal so internationale Radiosender zu hören, weil ich finde das, was bei uns so momentan läuft, irgendwie so ein bisschen reizt mich nicht mehr. Ja, und gerade wenn man dann so auf den Urlaub kommt, noch so ein bisschen spanisches Feeling hat, dann will man natürlich auch ganz gerne mal die internationalen Radiosender genießen, oder? Ja, vor allem, es gibt ja auch wirklich so ein Gefühl von Urlaub. Das heißt, Sie machen nur das Radio an. Ich bin da relativ ähnlich wie meine Kollegin. Deswegen lachen wir uns beide schon immer sehr herzlich tot. Wenn man zum Beispiel einfach mal sitzt und wir sitzen oben in der Garderobe und dann macht einer von uns beiden über das Smartphone, über unser dünnstes Smartphone, können Sie natürlich über das App auch Radio hören. Und dann sitzen wir da oben und plötzlich hören Sie, Rocke FM. Ich verstehe kein Wort außer Rocke FM und dann kommt Musik. Aber es ist einfach super. Und auch ganz ehrlich, spanischer Verkehrsfunk klingt viel interessanter und viel charmanter. Und das ist so ein Gefühl von Urlaub. Und diese Wahlmöglichkeit haben Sie natürlich hier. Hier haben Sie alles, alles, alles drin, was normalerweise in den großen, riesigen Geräten drin ist. Und das Ganze wiederum zu einem Preis. Und nochmal, wieder klitzeklein. Überlegen Sie mal, wo Sie das überall verstecken können. Das fällt nicht mal in der wirklich filigranen und schönen Hand meiner Kollegin auf, wenn sie da die Hand drüber legt. Komfortabel Extras haben wir natürlich auch eingebaut. Also, Timer für Aufnahme, Teletext, Untertitel, ETC. Alles ist da drin. Und gucken Sie mal, die Fernbedienung ist fast doppelt so groß wie der kleine Kasten. Das ist einfach mal super. Also, das ist ideal zum Reisen. Das ist ideal zum Beispiel für Ihr Wohnmobil oder Ihr Caravan. Denn da nimmt wirklich jeder Millimeter, den Sie verschwenden am Platz, der nimmt Ihnen was anderes weg, wo Sie was hinstellen könnten. Da haben wir gedacht, wir machen es klein, wir machen es kompakt. Und wir machen es einfach mal großartig. Es kann alles. Und ich lese Ihnen jetzt nicht vor, was es alles noch kann. Mit MP3 und dies und das und das und das alles abspielt. Denn natürlich auch hier Multimedia einfach über den USB-Stick oder Festplatte. Wichtig ist, Sie brauchen eine Bestellnummer und das ist die PX 14 64 569. Und Sie brauchen eine Telefonnummer. Und die sagen wir immer wieder gerne, weil wir es inzwischen schon können. Und irgendwann werden wir uns wahrscheinlich auch in Freiburg beim Chor anmelden. Denn wir singen dann nur noch die Nummer. 018 0. 51. 51. Und dreimal die 2. So, das war das. Jetzt haben wir da natürlich auch eine Upgrade-Funktion. Das heißt, auch hier geben wir Ihnen die Möglichkeit aufzunehmen. Hier einfach genau wieder das Upgrade, wie bei dem Gerät, was wir Ihnen vorhin schon vorgestellt haben, installieren. Und los geht es. 12,26 Euro. Addieren Sie beides mal zusammen. So günstig kriegen Sie kein kleines Gerät mit all diesen Funktionen, außer hier bei www.pearl.tv. Ja, und da sollen Sie sich unbedingt noch mit dazu bestellen. Weil wenn dann wieder die Fußball-Weltmeisterschaft ist und die Frau sagt dann Samstag, du hast mir doch aber versprochen, wir gehen essen. Und dann steht man so, als Mann im Zwiespalt, da denkt man sich, naja, Ehekrise will ich ja auch nicht haben. Nehmen Sie es doch einfach auf. Zwiespalt? Was für ein Zwiespalt? Hallo. Sobald die WM losgeht, sind wir alle Deutschlands Nationaltrainer Nummer 1. Das kennen wir. Sobald der erste Ball getreten ist, sind wir ja auch alle Fußball-Experten. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Waldi Hartmann zum Beispiel, wir alle können uns daran erinnern, wie er mit seinem Expertenwissen bei Wer wird Millionär einfach mal voll auf die Nase gefallen ist. Da wissen wir wahrscheinlich mehr, wenn wir uns ein bisschen vorbereiten und ein bisschen drumherum gucken. Und da gibt es natürlich ganz viel Drumherum-Berichterstattung, also Rahmenberichterstattung. Und das alles auf diversen Kanälen. Und die sollten Sie sich dann auch aufnehmen. Denn wenn jetzt Frau Kosch tatsächlich sagt, Carsten, du hast mir versprochen, wir gehen heute zum Italiener und lassen mal die Italiener einfach Fußball spielen und du musst es dir nachher angucken, dann macht es Sinn, das aufzunehmen. Das heißt, hier haben wir die Upgrade-Funktion und die macht in dem Falle Sinn. Denn ein Streit vermieden für knapp 13 Euro, das ist mal ein super Angebot. Das ist es uns wert, oder? So, auf jeden Fall muss man natürlich so eine Satellitenschüssel auch noch perfekt ausrichten. Entweder Sie lassen jemanden teuer kommen, der dann sagt, er kommt so zwischen 12 und 19 Uhr. Die kenne ich. Die kenne ich. Ganz schlimm. Die kenne ich. Ich komme im Laufe des Tages. Ach, Jürgen, ist klar. So, oder Sie machen es selbst. Und da haben wir das Richtige für Sie. Genau, das ist unser Satellitenfinder. Den schließt man einfach nur an. Das haben wir, glaube ich, auch in einem kleinen Filmchen für Sie mal vorbereitet. Und dann kann ich das damit viel, viel schneller ausrichten. Ah, hier sehen wir es. Einfach zack an die Satellitenschüssel anschließen und an den Receiver und dann geht es los. Dann zeigt es uns das an. Einmal mit so einem Piepton und einmal mit natürlich einer kleinen Balkenanzeige auf dem Display. Dafür ist es da. Und dann kann ich das perfekt ausrichten. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Hamburg wohnt, wo es auch ganz gerne mal ein bisschen windiger ist, dann kann es ja auch mal sein, dass sich die Satellitenschüssel verschiebt. Gar nicht wahr. Nur weil wir manchmal so eine 33-Grad-Neigung nach vorne haben. Naja, eben. Dann gehen heißt das nicht. Ja, pass mal auf. Dann ist Wind, dann verschiebt sich die wieder. Dann muss man den Monteur wiederkommen lassen, der dann wieder sagt, er kommt zwischen 12 und 19 Uhr und immer wieder das selbe Spiel. Ist doch schöner, wenn man sowas zu Hause hat und sich das selber machen kann. Denn seitdem der erste Sputnik da oben rum geflogen ist, ist da oben mehr Verkehr als auf der A1 zur Sommerzeit. Das heißt, hier müssen Sie natürlich genau den richtigen Satelliten finden, um das Ganze auch vernünftig benutzen zu können, was wir Ihnen hier eben empfohlen haben. Das heißt, Satellitenfernsehen muss vernünftig eingestellt sein und muss vernünftig tariert sein. Sie wissen, was Anfahrt kostet. Sie wissen, was eine Arbeitsstunde kostet. Und ich will jetzt nicht unken, aber das kann man auch gerne mal in zwei Stunden machen. Bei uns garantiert innerhalb von weniger Minuten, denn da sind Sie wirklich Herr der Lage. Hier haben wir es mal für Sie vorbereitet. So schnell geht das. Es macht Piep. Sie wissen, wo der Satellit ist. Zack. Und schon kommt das perfekte Bild. Kein Rauschen, kein Irgendwas. Da sehen Sie die Prozentanzeige. So muss das funktionieren. Das Ganze zu dem Preis, gucken Sie mal hin, 18,91 Euro für ein Gerät, was Ihnen, ich sag mal so, ganz, ganz viel Freude bereitet. Denn irgendwann ist es so, es stürmt ein bisschen, es ist ein bisschen windig. Dann justieren Sie nach, ganz simpel, ohne dass Sie sich ärgern müssen. Und schon ist klassisch das Ameisenfußball. Also diese kleinen weißen und schwarzen Punkte, die plötzlich auf Ihrem Bildschirm auftauchen, die sind dann weg. Das Ganze zu dem Paketpreis für 18,91 Euro mit der PX5437569. Das ist mal klasse. Damit richten Sie es selber aus. Sie brauchen keine Hilfe, Sie brauchen keinen Handwerker, Sie brauchen niemanden außer sich selbst und diesen kleinen Freund. Und es geht richtig schnell, sagt nämlich unser Kunde. Einfacher geht es nicht mehr. Nach eineinhalb Minuten war die beste Position gefunden und nun läuft der Receiver top. Tja, wenn Sie es toppen können, schreiben Sie uns gerne auch an redaktion.pearl.tv, wenn Sie das innerhalb von einer Minute ausrichten können. Aber, bevor Sie das tun, haben wir hier noch was für Sie, nämlich einen sogenannten DVPT-Nachrüstset. Ah, da, vielen Dank Regie. Adresse blenden wir Ihnen gerade ein, falls Sie uns mal schreiben wollen. Das ist doch auch dieselbe Anschrift, wo wir das mit Herrn Kastel haben hinschreiben lassen, oder? Dieses, wir suchen eine Frau für unseren Kollegen. Ja, ist egal. Wollte ich noch mal wissen, ich bin ja noch neu, deswegen wusste ich nicht, ob das dieselbe Anschrift ist. Gut, ist dieselbe Anschrift. Da müssen wir auch bald mal den Postkasten leer machen, glaube ich. Stimmt, müssen wir, genau. Aber erstmal schauen wir hier oder werfen wir einen Blick auf unsere DVPT-Nachrüstset. Denn damit habe ich dann immer und überall digitales Fernsehen. Eben auch die Fußball-WM, wenn sie nicht direkt vor Ort sind, dann eben auch meinetwegen am Strand irgendwo in Deutschland, am Baggersee oder so. Oder wenn Sie zu den Menschen gehören, vor denen ich wirklich immer wieder meinen Hut ziehe. Das fing damals schon an, als ich Chris Christopherson in Convoy gesehen habe und mir klar wurde, dass all das, was ich zu Hause und auch du konsumierst, was muss ja irgendwie gebracht werden. Das heißt, die Menschen, die mit den Lastern unterwegs sind, die Fernfahrer, die klassischen Brummi-Jungs, ohne die hätten wir ja nichts. Und deswegen erstmal einen ganz großen Dank an Sie da draußen. Und wenn Sie zu dieser Zunft, vor der ich wirklich meinen Hut ziehe, gehören, dann kann ich Ihnen sagen, das gute Stück ist für Sie genau das Richtige. Denn gucken Sie mal, wie klein und kompakt diese Antenne ist. Die können Sie irgendwo bei sich im Führerhaus, am Führerhaus verbauen. Und auch so können Sie dann die klassischen Spiele der WM jetzt im Sommer genießen. Und natürlich nicht nur die, wenn Sie sagen, ich möchte lieber Tatort gucken oder was auch immer. Das ist natürlich alles möglich. Dieses Gerät in dieser Kompaktheit mit den Ausstattungsmerkmalen zu dem Preis ist ein Oberknaller. 66,41 Euro. Da muss man zugreifen, da sollte man zugreifen. Gucken Sie mal, unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers sind 129,90 Euro. Wir haben ein bisschen an der Preisschraube gedreht und haben gesagt, 66,41 Euro. Das ist der Preis, den wir jetzt machen. 49 Prozent Preisnachlass ist jetzt in diesem Moment möglich. Zwei Stunden lang gilt der Preis ungefähr. Sie können sich das natürlich genauestens nochmal durchlesen unter www.pearl.tv oder Sie können sich einfach im Callcenter auch nochmal kurz beraten lassen, wenn Sie ein oder zwei kleine Fragen haben. Hier sehen Sie aber alles. Und eigentlich haben Frau Kosch und ich Ihnen das jetzt auch so gut erklärt, dass man eigentlich nur sagen kann, zu dem Preis muss ich zugreifen. Ja, und auch ich möchte an dieser Stelle nochmal allen Promi-Fahrern danken, die so lieb immer die Tofu-Würste liefern und die laktosefreie Milch und das glutenfreie Brot. Und ja, sonst wäre ich recht aufgeschmissen, das muss ich dir mal sagen. So, wir haben jetzt hier für Sie die Bestellung mit der PX 1465 und der 56. Und Obst und Gemüse habe ich natürlich auch vergessen. Stell dir mal vor, ich müsste jedes Mal nach Brasilien fliegen und mir das Obst noch selber pflücken. Wenn du nach Brasilien fliegst, um dir das Obst selber zu pflücken, dann könntest du mir rein... Achso, ich dachte wegen Fußball und so. Ja, dann würde ich dich begleiten. Ich möchte nämlich gerne nach Manaus. Das ist mitten im Regelnwald und da spielt die englische Nationalmannschaft. Und das ist einer der wärmsten Orte in Brasilien. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, da kriegen die mal richtig auf den Kopf. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben Gott sei Dank Glück gehabt, da wo wir spielen, da ist das noch relativ angenehm. Und das Ganze können Sie natürlich sehen. Mit all den Geräten, die wir Ihnen eben empfohlen haben. Und natürlich, wenn Sie im Caravan, wenn Sie im Brummi unterwegs sind, eben auch mit diesem Gerät. Und das haben wir extra nochmal obendrauf gelegt für Sie, denn unterwegs sollte man darauf nicht verzichten. Das wird ein spannender Sommer und diesen Sommer sollten Sie auch technisch genießen. Da sehen Sie es. Unterhaltung für Beifahrer oder auf Pausen. PX 14 65 569 ist hier die Bestellnummer. 66,41 Euro. Das Ganze zu dem Preis zugreifen. Alles ist dabei. Montageschrauben, deutsche Anleitungen und so weiter und so fort. Das kennen Sie von uns, das ist auch logisch. Aber nochmal, das Ganze brauchen Sie, denn der nächste Sommer und der erste Anpfiff, der kommt bestimmt. Und wenn Sie dann unterwegs sind, dann werden Sie sagen, hätte ich doch einfach mal dran gedacht. Ja, und damit Ihnen das auch so geht, damit Sie daran gedacht haben, deswegen fassen wir für Sie jetzt nochmal zusammen. Das war unser erstes Produkt. Ja, das ist schon echt ein Wunder, dass wir den überhaupt noch haben, weil den haben Sie schon so oft bei uns bestellt. Ist ja auch klar, viele Kunden haben uns auch geschrieben, schon fünf, sechs Mal bestellt für Nachbarn und Verwandte. Das ist unser Perl TV HD Such Receiver und den bekommen Sie mit der PX 13 69 und der 569 zusammen mit der Direktwahl-Taste auf der Fernbedienung für 25,55 Euro. Schauen Sie mal, der hat vorher knapp 130 Euro gekostet. Das ist mal eine ordentliche Preisersparnis. Und dann haben wir natürlich auch hier noch die Upgrade-CD, das heißt, aus dem Receiver, den Sie eben gesehen haben und den meine Kollegin so schön beschrieben hat, können Sie natürlich auch Videorekorder machen. Also ein klassisches Aufnahmegerät. Das heißt, Sie können dann alles aufnehmen, was der Satellit Ihnen an Bildern zuspielt. Dafür brauchen Sie eine Bestellnummer und das ist die PX 13 75 569 und Sie brauchen knapp 9,41 Euro. Und ein Telefonhörer 0180 51 51 3 mal die 2 und da sagen Sie, ich hätte gern das Gerät plus das Upgrade-Kit. Nennen Sie mir mal was, was zwei Gramm leicht ist und wo man aber 32 Gigabyte Daten draufpacken kann. Gibt's nicht? Doch, gibt es mit unserem kleinsten USB-Stick der Welt, unserem Mini-USB-Stick. Und da passen tatsächlich 32 Gigabyte drauf. Kann man überall mit hinnehmen, am Schlüsselbund, egal wo auch immer oder am Handy. PX 93 17 und die 569 für 21 76 kann man übrigens auch an unseren digitalen Pearl-TV Satru-Siever anschließen. Genau, denn da war ein USB-Anfluss dran. Das, was da rauskommt, müssen wir natürlich auch irgendwie auf dem Fernseher spielen. Und da kommt meistens dann die Stimme der Frau, auch in diesem Falle Frau Kosch, die sagt, nee, aber das heftige dicke Kabel, dann mein... So, deswegen haben wir uns gedacht, machen wir das Kabel flach. Wir machen das richtig flach, das heißt, Sie können es überall drunter bauen, reinbauen, durchschieben, denn es braucht fast keinen Platz. High-End-Sound und Internet, alles ist dadurch möglich und das Ganze für 4,66 Euro bei einer Länge von 2 Metern. Das ist ein Knaller und in der Qualität einzigartig. Dann haben wir weiter gemacht mit unserer Satelliten-Flach-Antenne. Einmal mit einem typischen Einem-Anschluss. Ich will nicht, wie wir dieses komische Wort sagen. Single-Aushalt. PX1383 und die 569 können Sie bekleben, können Sie bemalern, bestreicheln, besprühen, wie auch immer. Hauptsache, es passt sich Ihre Hauswandfarbe an. PX1383 und die 569 für 94,91 Euro anstatt vorher für knapp 150 Euro. Und wenn Sie dann nicht mehr allein lebend sind, sondern 2 Fernseher haben, Sie können natürlich auch alleine leben und 2 Fernseher haben, dann macht das Gerät Sinn. PIN LNB. Oder wie Frau Kosch und ich sagen würden, eine Satellitenanschlüssel für 2 Anschlüsse, 2 Receiver und somit 2 Fernseher. Das Ganze natürlich auch wieder wetter- und UV-beständig, klein, leicht zu montieren und auch zu bemalen, ohne dass Sie Empfangsverluste haben. PX1384, 569 ist hier die Bestellnummer und 113,91 Euro ist der Preis, wo wir 43% Preisnachlass gewähren können. So, wenn es aber eine Wohnung oder ein Haus ist, wo vielleicht sogar 4 Fernseher vorhanden sind, das ist natürlich dann ein bisschen blöd, wenn man dann nur 2 Anschlüsse hat. Und deswegen haben wir hier eine Satellitenflachantenne mit einem digitalen Quad-LMB, also 4, und das mit der PX1385 und der 569. Perfekt zum Radiohören natürlich aber auch die besten und tollsten TV-Sender, wie zum Beispiel Pearl TV. Und das für 142,41 Euro, anstatt für knapp 280 Euro. Genau, und dann haben wir natürlich auch das passende Anschlussset für Sie. 25 Meter ist es lang und das ist inklusive Wetterschutzhülle. Das heißt, das gute Stück wird niemals nass und macht Psst und es ist kein Bild mehr da. Es kommt zu Ihnen innerhalb von 48 Stunden, so lange brauchen wir in Kooperation mit der Post maximal. Und dafür brauchen Sie auch eine Bestellnummer, PX5181 und die 569. Und das Ganze für 6,56 Euro bei 25 Meter Länge können Sie jetzt einfach mal nach Adam Riese und Eva Zwerg rechnen. Pro Meter ist das mal gar nichts. Ja, dann haben wir das Ganze aber auch noch in flach, also wenn Sie es irgendwo hinter der Teppichleiste verstecken wollen. Und auch nur 10 Meter lang, weil klar, wenn Sie 25 Meter nicht brauchen, dann können Sie es entweder abschneiden oder sich gleich für die kürzere Version entscheiden mit 10 Meter. Alles dabei, Montagematerial vergoldet, extra flach und zweimal mit einem F-Stecker. Und das mit der PX5903 und der 569 für 7,51 Euro. Sie sind, bitte tun Sie mir den Gefallen und gehen Sie nicht in den Fachhandel, weil dort bezahlen Sie mindestens das Dreifache. So, und nicht in die Fenster bohren. Einfach nicht verzweifeln, wenn Sie jetzt darüber nachdenken, ich muss aber das Kabel irgendwo durchführen. Denn wir haben die perfekte Lösung für Sie. Da sehen Sie es, ein extrem dünnes, ein hauchdünnes Kabel. Ein Kabelzwischenstück sozusagen, ein Millimeter dick. Das heißt, hier können Sie einfach mal das Fenster aufmachen, das Kabel durchführen, das Fenster wieder zumachen. Und trotzdem bleibt das Fenster dicht und das Bild bleibt top. Auch hier 6,56 Euro, ein Preisnachlass von 49 Prozent. Der gilt jetzt für die PX5306 569. Und dann haben wir natürlich noch was für Sie, nämlich Mini. Ja, ein Mini-HD-Satz-Receiver. Also wenn Ihnen zum Beispiel der Receiver, den Sie zu Hause haben, zu groß ist und Sie sagen, naja, ich bin öfters mal unterwegs, ich will den natürlich auch mitnehmen mit einem Wohnmobil, Campingmobil, was auch immer. Oder die Frau meckert schon wieder, dass der immer noch zu groß ist. Dann haben wir hier die PX1464 und die 569 für den wohl kleinsten HD-Satz-Receiver und der für unter 40 Euro. Da haben wir natürlich auch für Sie die Möglichkeit einbauen lassen, dass Sie damit aufzeichnen können. Denn wenn Frau Kosch sagt, wir gehen essen und zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft gerade spielt, dann gibt es für mich oder auch für den Lebensgefährten von Frau Kosch nur eine Möglichkeit zu sagen, ja, Schatz, ich habe den Tisch schon bestellt und ich nehme das Spiel auf. Und das ist möglich, wenn Sie das Upgrade-Kit bestellen. PX1473 569 für 12,26 Euro. Bleibt Ihnen der ein oder andere Ehestreit im Sommer erspart, das kann ich Ihnen so sagen. Sie müssen nur natürlich nicht nachgucken oder nicht irgendwie telefonieren oder einfach versuchen auszublenden, wenn andere Leute auf der Straße jubeln. Dann wissen Sie, wie das das Spiel ausgegangen ist. Genau. So, damit Sie sehen, wie es geht, hat meine Kollegin folgendes Gerät für Sie. Ja, das ist ein Satellitenfinder und der sorgt dafür, dass Sie natürlich die Satellitenschüssel auch perfekt ausrichten. Also so, dass man auch wirklich gestochen scharf den Film anschauen kann oder Fußballspiel, was auch immer. Und das mit der PX5437 und der 569 für einen Wahnsinnspreis von unter 20 Euro. Wir sprachen drüber, wenn Sie unterwegs sind, im Brummi oder im Wohnmobil oder zum Beispiel, ich sag mal ganz klassisch, Sie halten irgendwo und denken sich, wow, war nicht gleich Anstoß, dann haben wir was für Sie. Unterwegs genau das machen, nämlich DVB-T genießen. Wir haben Nachrüstzeit für Sie. Und das Ganze hat die Abkürzung Kfz und dann merken Sie einfach, wie klein und kompakt das ist. PX1465569 ist hier die Bestellnummer. Das war unser Schnelldurchlauf sozusagen, unsere Zusammenfassung der Produkte, die wir für Sie hatten. Und ich sag Ihnen eins, wenn Ihnen das alles zu schnell ging, www.pearl.tv, nochmal in Ruhe nachlesen oder sich einfach im Callcenter kurz nochmal beraten lassen. Die sind alle sehr geschult, alle sehr kompetent und wissen auch meistens zu den ganzen Produkten die Bestellnummer, ohne dass Sie sie fragen müssen. Die sagen, ah, Sie meinen, hm, und dann rattern die schon die Bestellnummer runter. Das heißt, wir haben alles für Sie vorbereitet. Jetzt liegt es an Ihnen, sich einzudecken mit moderner Technik und mit den klassischen Elementen des Satellitenfernsehens. Auch wenn Sie jetzt mal sich ein Kabel bestellen für meinetwegen 6, 7 Euro und abends dann vielleicht nochmal ein anderes tolles Produkt sehen. Sie müssen nicht mehrmals am Tag die Versandkosten zahlen, ganz im Gegenteil, wir sammeln das für Sie. Und dann in der Nacht um 2 Uhr morgens, in der Nacht um 2 Uhr morgens, macht auch so ein Ersatz, wird dann für Sie ein Strich gemacht. Und dann erst fallen die Versandkosten oder sind die Versandkosten, ja, fällig. Und das heißt, Sie müssen also nur ein einziges Mal am Tag Versandkosten zahlen. Nicht pro Bestellung, wie man das ja bei den anderen Versandhäusern kennt, sondern nur ein einziges Mal am Tag. Jetzt sehen Sie, wie lange das Callcenter da ist, deswegen rufen Sie an. Also, wir sind kurz raus und dann gleich wieder da für Sie.